Darf man Uhren tragen, die in der Gehäuse Gold haben oder drinnen Gold? Kein Problem, du darfst. Und etwas, was vergoldet ist, dürfte man tragen. Außer in einem Fall, dass das Goldanteil mehr ist, als was zum Beispiel Silberanteil ist. Jetzt eine Uhr, die ist aus Gold. Und zum Beispiel 70% ist Gold, dann musst du aufpassen, das ist dann Gold und das ist Schmuck. Aber es gibt zum Beispiel irgendwie drinnen 10%, 15% ist Gold, dann kein Problem. Auch Seite übrigens, wenn das 4 Finger Größe ist, darf man im ganzen Gewand, 4 Finger, das wird auf die Länge des Gewandes. Dann kannst du, weil es eine Überlieferung gibt, dass der Prophetus ihm das erlaubt hat. Wallahu ta'ala, Allah, wa'ala. Auch wenn die Fäden aus Seide sind oder wenn Fäden aus Gold sind, kein Problem. Mittlerweile essen die Leute Gold. Das ist genau diese Verschwendung und Arroganz. Genau. So einfach. Und da ist der halt dazu, woher mit Ihren Gäder hat. Untertitelung des ZDF, 2020